Sicherheit, das Gefühl zuverlässig beschützt zu sein und die Basis für wirtschaftliche Entwicklung und Wohlstand. Wir wollen mit unserer Außenpolitik generell und die Waffenexportpolitik, die ist da ein wichtiges Element. Wir wollen damit Frieden, Stabilität und Menschenrechte befördern. 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 Ich habe eine Silber Star, Purple Heart, Army Commentation Medal, 8 Air Medals, National Defense und die Rest ist Garbage. Das ist nicht ein Ding. Das ist ein Ding. Vielen Dank.